Was ist Selbsterkenntnis? Erkenne dich selbst und das ist etwas ganz Wesentliches im Leben, sich selber zu erkennen. Nicht durch andere erkannt zu werden, nicht durch irgendeine andere Instanz erkannt zu werden. Nicht glauben, dass ein anderer erkennen könnte, sondern sich tatsächlich selbst erkennen. Was ist das? Wie erkennen wir uns selber? Von selbst? Natürlicherweise? Wahrscheinlich eher nicht. Wir brauchen schon andere Menschen, um uns auch selber erkennen zu können. Wir brauchen eben tatsächlich andere Instanzen und Menschen, um ein eigenes Bild von uns selber entwerfen zu können. Also geht es um Selbst- und Fremdbild. Wer sind wir selber und wir sehen uns andere Menschen. In der Psychologie oder Psychotherapie ist natürlich die Selbsterkenntnis essentiell. Das ist ja das, was wir als therapeutischen Effekt anstreben bei unseren Klienten. Wie ist das mit der Selbstwahrnehmung? Und wie ist das mit der Fremdwahrnehmung? Eine ganz häufige Übung in der Selbsterfahrung von werdenden Psychotherapeuten und überhaupt bei anderen Menschen ist immer wieder dieses Thema Selbstwahrnehmung. Wie nehme ich mich selber wahr? Wie begreife ich mich? Wie erkenne ich mich? Wie drücke ich mich aus? Wie zeige ich mich? Und wie tun das andere mit mir? Also andere gedenken mir etwas zu. Sie projizieren vielleicht etwas oder sie erkennen mich tatsächlich, wirklich, wer ich bin. Oder erkennen Teile von mir, die ich noch nicht erkenne. Und so stimmt sich das immer wieder ab. Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Viele, viele Gruppentherapien nehmen das immer wieder zum Anlass zu üben. Wie nehme ich mich selber wahr? Und wie nehme ich mich andere wahr? Die primitivste Übung dabei ist, dass man so eine Runde macht und zunächst mal eine Negativrunde macht. Und einen nach dem anderen vor sich sitzen lässt und derjenige oder diejenige sagt dann einfach nur, was sie an einem nicht mag. Und das ist etwas, was dir jetzt spontan einfällt und auffällt, was sie vielleicht im Notfall auch erfindet. Die meisten Menschen erfinden das nicht, sondern sie finden tatsächlich etwas sehr spontan, was ihnen nicht an dir, an mir gefällt. Und dann geht das Negativ in einem fort und die ersten drei, vier Male hast du richtig Herzklopfen und denkst, oh Gott, ich werde vollkommen niedergemacht. Mein Selbstwert liegt jetzt absolut im Keller und ich werde fertig gemacht von diesen Leuten. Und schon nach dem fünften, sechsten, siebten Person merkst du, das wiederholt sich immer das Gleiche. Und an der Wiederholung, und das ist das Interessante, ist etwas dran. Du merkst, die haben irgendwo recht, sie haben nicht vollkommen recht, vielleicht nur zu 50 Prozent, 40 Prozent, aber du merkst, da ist was dran. Sie sehen es natürlich nicht absolut und können es auch nicht vollkommen beurteilen, weil sie diese anderen Menschen ihrer Fremdwahrnehmung schlichtweg nicht du sind, sondern sie selber sind und damit ihren Eigenanteil haben. Aber du merkst doch, da ist was dran. Und in der zweiten Runde dieser primitiven Selbsterfahrung von, wie gesagt, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, geht es darum, was mögen die Menschen an dir. So eine essentielle humanistische Therapieübung, die man gerne machen kann und die sehr wertvoll ist für dieses Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wir sind also abhängig, wenn wir es jetzt tiefenpsychologisch andenken an der Stelle, eben von den Introjekten. Wichtige Bezugspersonen, die wir im Leben hatten und die wir im Leben haben, angefangen von unserer Mutter, unseren Eltern und anderen Bezugspersonen in der Kindheit, sind Introjekte. Und diese Introjekte bewahren wir in uns auf. Introjekte sind also Erinnerungen und damit Emotionen auch und Befindlichkeiten und Erkenntnisse und Sätze und all das, die wir uns merken und die behalten wir in uns. Und wenn dich deine Mutter immer fertig gemacht hat und dich geliebt hat als Kind, dann wirst du ein heftiges Problem mit diesem Introjekt deiner Mutter haben. Auf der anderen Seite die positiven Introjekte, die wir alle brauchen, um uns eben auch positiv wertschätzen zu können. Also wir sehen, Selbsterkenntnis hängt sehr stark von kommunikativen Bezügen ab, die wir als Menschen haben. Aufgrund natürlich der Selbstbewusstheit. Wir haben die Fähigkeit dazu, als Menschen zunehmend, wenn wir uns entwickeln, über uns selbst zu reflektieren, über uns selber nachzudenken, über uns selbst spontane Einsicht zu haben oder durchdenkende Einsicht zu haben. Also du hast etwas erlebt, du hast einen Umgang mit anderen Menschen gehabt und dann liegst du abends in deinem Bett und denkst darüber nach. Und dann denkst du, wie habe ich reagiert, wie hätte ich reagieren können, war das richtig, war das vielleicht ein bisschen übertrieben, was auch immer. Und das ist diese Selbsterkenntnis, die du da hast. Oft entsteht Selbsterkenntnis natürlich durch eine Einkehr, durch das Kontemplative, durch das Einhalten, durch das Anhalten, durch das Auf-die-Bremse-Treten-Langsam-Machen. Kontemplativ, du ziehst dich zurück. Das Innehalten, der Rückzug ist etwas Wesentliches, was in einem normalen Leben immer wieder stattfinden sollte und eben zur Selbsterkenntnis führt. Das Überdenken. Natürlich die Gewissenhaftigkeit. Als Menschen haben wir ein Gewissen und in dem Gewissen so etwas wie ein Schuldkonflikt oder eine Überlegung, wie könnte ein Ausgleich stattfinden, also etwas Über-Ich-Haftes geradezu und dadurch eben das Reflexionsvermögen. Das Bild anderer Menschen wird natürlich oft zu dem eigenen Bild oder eben relativiert. Also was sehr hilfreich ist, ist das Bild anderer über sich kennenzulernen und wahrzunehmen und darüber nachzudenken und das zu differenzieren und zu sagen, naja, da hat er Recht, da hat er Unrecht. Das ist nicht vollkommen so, aber das hat einen Teil davon und dann denkst du vielleicht den idealen ergänzenden Anteil selber in deiner Selbsterkenntnis dazu. Das ist also sehr vorteilhaft. Also das Bild anderer über uns wird dadurch relativiert und das ist das Gesunde daran. Das ist das, was wir also im gesunden Sinne immer wieder abchecken. Es gibt Menschen, die das Bild anderer Menschen über sie in dem Sinne relativieren oder versuchen umzukehren, indem sie sagen, oh, so bin ich aber nicht. Ich bin doch ganz anders und ich beweise dem mal, dass ich ganz anders bin. Also ich mache dann vielleicht das Gegenteil von dem, was der über mich denkt oder was der über mich aussagt. Ich beweise dem, dass ich anders bin. Und dann macht man relativ häufigen Aufwand, um eben das andere zu demonstrieren, um es aber auch zu erfahren und auszuprobieren. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn man allerdings in der Einseitigkeit hängen bleibt, dann könnte das zum Problem werden. Oder ich drehe mich um, weil ich die Beschränkung des anderen über Ansichten von mir kenne. Es gibt Menschen, da hört man sich das vielleicht einige Worte oder einige Sätze lang an und dann dreht man sich um und sagt, dein Danke und ich höre schon gar nicht mehr zu und habe mich schon abgewandt, weil es immer die gleiche Leier ist, dasselbe, was ich schon nicht mehr hören kann, weil es irgendwo auch nicht stimmig ist und mache dann mal ein eigenes. Wenn ich andere erlebe und beobachte und bei mir bleibe, dann führt das auch zur Selbsterkenntnis. Für uns Menschen als soziale Wesen, als Wesen, die mit anderen Menschen immer wieder umgehen, ist das etwas sehr Essentielles. Ich beobachte andere Menschen und sehe mich natürlich in denen auch, das ist projektiv oder identifikatorisch, und auf die Art und Weise reflektiere ich über mich selbst. Also das Wissen über andere Menschen führt auch zu einem Wissen von mir selbst. Vergleich, Projektion, Identifikation, wie gesagt. Wenn man sich selbst akzeptiert, also so eine gewisse Faustregel, die man machen kann, wenn man sich selbst akzeptiert und sich selbst wertschätzt, ist das auch ein Zeichen, dass man sich selbst einigermaßen gut kennt. Vollkommen kennen kann man sich nicht vollkommen. Das wäre dann eine Erleuchtung oder diese Absolutheit, die entsteht. Es gibt immer blinde Flecken oder es gibt immer Bereiche, weil wir ja durch das Unterbewusste geprägt sind, die wir nicht erkennen können. Jeder wird unvermeidlich von den Menschen um ihn herum interpretiert. Ich sagte es ja schon, und das vom Moment der Geburt an. Also deine Mutter interpretiert dich, dein Vater interpretiert dich, die Geschwister interpretieren dich, die Tanten, Onkels und wer auch immer sonst da ist. Der Prozess der Selbsterkenntnis fängt damit an, dass man sich selbst von der Weise trennt, wie einen anderen Menschen sehen. Plötzlich muckst du auf, weil dein Vater immer das Gleiche zu dir sagt, du bist ein Taugenichts oder du wirst nichts. Und er sagt das harmloser und meint das nicht so vernichtend und verletzend. Und du merkst einfach, naja, lass ihn mal irgendwo, das ist so seine Sichtweise. Aber dann merkst du, du trennst dich davon und das ist das, was ich vorhin schon sagte. Und auf die Art und Weise hast du ein besseres Bild über dich selbst. Du suchst deine eigene Wahrheit außerhalb von dir selbst. Oder wir suchen die Wahrheit und sagen, natürlich sind wir Menschen und wir sind vergleichbar mit anderen Menschen bis zu einem gewissen Punkt, aber wir sind doch Individuen, wir sind Persönlichkeiten und dadurch relativiert sich das. Und dann kommt eben auch eine Selbsterkenntnis. Oder wir antworten auf deine Gefühle, deine Emotionen. Oder wie sind die Antworten auf deine Gefühle, deine Emotionen und deine Bestimmung nur in dir selbst entsprechend. Also achte auf deine Gefühle, achte auf deine Emotionen. Wie geht es dir? Und Emotionen und Gefühle sind Bedürfnisse. Und die sind immer wieder rudimentär für uns als Menschen. Wie fühlt sich also dein Körper selbst an oder dein Körper? Wie reagiert dein Körper auf diese Selbsterkenntnis und dieses Wissen? Denke daran, du bist immer mit dir. Auch wenn du im Zweifel bist, bist du letztendlich immer wieder mit dir. Und dann musst du dir eigentlich vertrauen. Es bleibt dir nichts anderes übrig, weil du bist in jeder Millisekunde mit dir in deinem Leben da. Und da ist nicht immer jemand präsent oder eine Partnerschaft oder irgendetwas, sondern du bist immer auch mit dir selbst. Auch wenn du Zweifel hast. Und die Zweifel sind sehr häufig und auch normal im Leben. Aber darauf kannst du letztendlich vertrauen. Und das, und darin liegt die Essenz deiner Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis, weil das ist etwas, was du zu jedem Zeitpunkt entsprechend sehen kannst, fühlen kannst, beobachten kannst, dir gewahr werden lassen kannst und all das. Der Raum für das Wesentliche. Was ist wesentlich in deinem Leben? Das ist immer wieder eine Frage, die dann auch in der Selbsterkenntnis entsteht oder in der Selbsterkenntnis beantwortet wird. Was brauche ich wirklich? Was ist entscheidend? Was zieht mich? Was motiviert mich? Wohin möchte ich mich entwickeln? Und in diesem Zusammenhang, was ist der Sinn meines Lebens? Also immer wieder diesen Raum schaffen für das Wesentliche. Zeit haben. Zeit haben, sich zurückziehen, die Einkehr suchen, nicht Angst vor dem Einsamsein haben, sondern du bist mit dir und das ist ganz, ganz wertvoll für die Selbsterkenntnis, weil, wie gesagt, nur du dieses Bild schaffen kannst, dieses Bewusstsein schaffen kannst und dich natürlich auch durch andere Menschen immer wieder kennenlernen und dich eben anderen Menschen annähern und dadurch eben kommunizieren und dadurch entsteht auch Selbsterkenntnis.